Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zur letzten Ermutigung in dieser Woche. Wie immer verbunden mit der Einladung zu unseren Gottesdiensten am Sonntag. Ihr seid herzlich eingeladen zu Gottesdiensten mit mir um 9.30 Uhr in Bernbach, um 10.45 Uhr in Springstille mit Konfirmationen und um 14.00 Uhr in Breitenbach. Alle drei Gottesdienste wären richtig schön und ihr seid natürlich herzlich willkommen. Und wir werden in den Gottesdiensten unter anderem das Lied Leuchtturm singen. My Lighthouse von Rent Collective. Und das möchte ich mit euch heute auch singen als Start in den Tag. Wenn ich zweifle und kämpf mit mir, wenn ich falle, bleibst du doch hier. Deine Liebe, sie trägt mich durch. Du bist mein Hart in der Augensee. Du bist mein Hart in der Augensee. Auch im Schweigen bist du stets da, in den Fragen bleibt dein Wortwahn. Deine Liebe, sie trägt mich durch. Sei mein Licht, sei mein Licht, sei mein Licht. Du strahlst wie ein Leuchtturm und ich schau auf dich. Sei mein Licht, sei mein Licht. Du gabst das Versprechen, sicher bringst du mich bis ans Land. Bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land. Ich fürcht mich, was die Zukunft bringt. Ich geh vorwärts, mein Herz singt. Gottes Liebe, sie trägt mich durch. Du bist mein Hart in der Augensee. Du bist mein Hart in der Augensee. Sei mein Licht, sei mein Licht, sei mein Licht. Du strahlst wie ein Leuchtturm und ich schau auf dich. Sei mein Licht, sei mein Licht. Du gabst das Versprechen, sicher bringst du mich bis ans Land. Bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land. Sei mein Licht, sei mein Licht. Du strahlst wie ein Leuchtturm und ich schau auf dich. Oh, sei mein Licht, sei mein Licht, sei mein Licht. Sei mein Licht, du gabst das Versprechen, sicher bringst du mich bis ans Land. Bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land. Mit diesem Licht, mit diesem Leuchtturm, an dem wir uns orientieren können, mit Jesus, wollen wir in den neuen Tag gehen. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet. Passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf. Und bis Sonntag vielleicht oder aber nächsten Dienstag zur nächsten Ermutigung. Ciao. Ciao. Ciao.